Yo Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hexit und ja, ich habe ja gesagt, also in dem Infovideo hat bestimmt der eine oder andere gesehen, dass ich Hexit noch aufnehmen kann, also ich nehme es jetzt mit meinem Standardprogramm auf hier. Mal gucken, also ich habe mir so überlegt, vielleicht liegt es auch an der Renderung, also dass ich ein, dass ich das Intro dabei schneide. Das heißt, wenn es daran liegt, dann scheißen wir einfach auf ein Intro und machen einfach ein Video ohne Intro. Ich meine, was, ein Intro ist jetzt nicht gerade eine Weltverschönerung, es ist einfach nur, dass man weiß, wer es ist oder irgendwas. Ja, deswegen eine Hexit-Folge geht auch jetzt nur noch 10 Minuten, weil es sehr groß ist bei mir, weil ich ja nur Full-HD aufnehme, das wollt ihr ja auch in Full-HD und ja, ich weiß gar nicht, wir haben ja in den letzten Folgen gemacht, hier ist immer noch Not Enough Items an, von wo ich mit meinem Kumpel immer zocke. Wo ich immer die Rezepte gucke. Zweiter Stock, ja, den haben wir ja gebaut. Ah, stimmt, ja, wir haben den zweiten Stock hier gebaut. Und ja, wenn es eben so ist, dann, oder es kann auch am Spiel liegen, das heißt, wenn es am Spiel liegt und am Intro, dann kommt nur noch Minecraft auf diesem Kanal, aber ich meine, es geben auch andere Kanäle, wo nur Minecraft gespielt wird. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal nach einem Dungeon, was wir schon immer mal gemacht haben in Hexit. Äh, wo ist denn hier ein schönes, wo ist denn hier eins, wo ist denn hier eins? Am besten im Wasser, wo wir auch runterspringen können. Da ist eins, da ist eins, hier. Hier runter. Äh, na komm. Batsch. Oder auch nicht. Hey, cool, wie haben wir das gerade hingekriegt? Lol. Oh, und ich hab den Skin von meinem Kumpel schon wieder, oder? Ah ja, ich muss nachher noch, äh, abmelden hier. Sorry. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu dem Dungeon und die Wolken sind auch gerade ansehig, aber ist ja auch scheißegal. Ja, hoffentlich klappt's, Leute. Und wenn nicht, dann kämen nur noch Minigames und das wäre richtig scheiße. Dann würde auch irgendwann dieser Kanal aufhören, wenn das jetzt nicht mehr gängte, weil ich meine, Let's Play ist der, äh, ist das Haupteste von diesem Kanal. Ich meine, ich hab jetzt mal den Browser gewechselt auf, äh, Mozilla Firefox, aber ob das viel hilft, weiß ich nicht, weil bei Opera auch öfters abgestürzt ist. Das ist einfach nicht hochgeladen, hat er gestanden, diese Datei kann leider nicht hochgeladen werden. Bin ich so in den Internet Explorer rein und der so hochladen, noch eine Stunde oder irgendwas. Und da geht's hoch. Ja, wir haben ja die anderen gepackt, wir werden den auch packen hier, also ich meine, ja, die sind ja keine Lappen hier. Gehen wir einfach mal rein. Wir sagen, yo, zu dem Boss hier drin. Ich würde sagen, wir bauen uns hoch. So, so, so. Da gibt's ein paar aufs Maul. Kommt her. Abhauen. Ach, haut ab. Ja, Leute, wir kennen es noch. Wir kennen es. Die Löcher. Äh, wo kommen die her? Hä, wo kam die gerade her? Ach so, ich bin Spawner, sorry. Ach, du Scheiße. Ich erschreck mich immer so. Oh, 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 oh. Naja, ich meine, äh, was ist euch lieber? Das, ähm. Nur Frage an euch. Schreibt's die Kommentare, was ist euch lieber? Das, ähm. Das, wo? Wir haben eh keine Chance gegen uns Also, was ist euch lieber? Dass wir, ähm, hier Nur Minecraft spielen Dass wir nur noch Minigames spielen Und irgendwann der Kanal gar nicht mehr existieren kann Oder dass wir einfach, ähm, dann Ähm, vielleicht Call of Duty mal kurze Zeit aufgeben Hier wird man ja schwer gebumst Ja, wir haben's aber gleich wieder, Leute Nach einer langen Zeit mal wieder hexet Und ich singe irgendwann Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße Geht's ja wieder rund, ihr Lieben Hat der gerade eine Arschbombe gemacht? Oh, lass mich abbauen Du, du Wutz Du kleine Sau Du, 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 du Komm her, sag Maul hier Kommt her Kommt her Kommt her Schmeiß mal hier, komm da Mensch, das ist doch schlimmer wie meine Katze hier, ey What the fuck Nein Der, krass Hör auf in den Kistenback Oh Enderperlen Jawohl Oh, das ist noch ein Herzchen Ja Puh, okay, kommt her Kommt her Kommt her Oh, Alter, Alter 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 Was geht hier ab? Boah, ist da eine in mir drin gespawnt? Oder Ich fall hier eh kein Leben Oh, haut ab Ihr komischen grünen Gesichter Ihr grünen Gesichter, Alter Ey Wirklich Gibt's nicht, das gibt's nicht hier Mit den Dinger hier zu spielen Das ist einfach nur unmöglich Das ist wie, äh, Kind wo Drogen nimmt hier Sag mal Und, äh, das mit dieser Dings Das ist ja auch sehr kritisch, äh, mit dieser Geschichte, wo die Videos nicht mehr gehen Also ich hab davon, äh, wegen diesem Also, dass die Videos nicht mehr gehen Hab ich, äh, zwei Abos Hab ich verloren What the fuck Okay, wir kriegen den, Leute Wir kriegen den, wir kriegen den Wir kriegen den, wir kriegen den Sehr schön Ja Tschüssi Ja, also Leute, äh, ich hab dadurch Durch diesen scheiß Bug, äh, zwei Abos verloren Und das lass ich mir nicht so auf mir sitzen Ich meine, ähm, Abos zu verlieren Ist das schön Weil die Leute haben einfach so gedacht, ähm Ich würde meine Videos, äh, nicht richtig Hier machen und Deswegen, ja, steht jetzt keine Namen Und, ja, deswegen, ähm Ähm, hab ich jetzt einfach mal hier ein bisschen Mehr recherchiert Und manche sagen, man soll den Browser wechseln Und, ja Deswegen Ich hoffe, dass es nicht mehr vorkommt jetzt Wenn schon, dann kommen nur noch Minigames Und, ja Und irgendwie Abonnenten zu verlieren Ist auch irgendwie ein bisschen traurig Aber Jeder macht's wie er's will Und, ja, ich meine Ich kann jetzt auch jemanden deabonnieren Ja, meine Sache, aber Ist es eben nicht schön Also Dann Sieht man, dass man irgendwas falsch gemacht hat Also, dass YouTube was falsch gemacht hat Weil ich kann ja nix dafür Es war ja von YouTube-Browser oder irgendwel Oder von meinem Programm oder irgendwas So was Weil ich nehm ja nur auf Sonst mach ich ja nix hier Und Lad's hoch Der Rest macht alles Die Maschine YouTube Und, ja Jetzt gucken wir mal, was wir hier alles gekriegt haben Ach du Scheiße Wir haben ja nicht das Spiel gekriegt Emeralds Diamanten Ich sag, Emeralds Warum kommt man jetzt gerade auf Emeralds Ja, wir haben immer ein Stack Diamanten Alter Ja Sagen, dann machen wir uns mal noch Ne, Diamantschwert haben wir noch Uh, das ist schon geil Alles hier 13 Erfahrungsflächen Ich würde sagen, da Holen wir uns mal noch ein paar hier So Ach, der Kokobo Leute, ich hab ihn so vermisst Ich hab dich so vermisst Kokobo Kokobo Ach Gott Und ich glaube es Es kann auch daran liegen Dass ich immer mit diesem Rauschunterdrückung hier jetzt mache Weil ich ja mit Audacity aufnehme Kann ja auch sein Deswegen, ich nehm jetzt im Originalformat auf Das heißt Leute Wenn ihr mobile Geräte benutzt Äh, zieht Kopfhörer an Dann hört das nicht rauschen So Das hört dann nicht so ein Hintergrund rauschen Weil Ja Das liegt an meinem Vielleicht auch daran Ich guck jetzt einfach mal Wenn nicht Müssen wir Nur noch Minigames machen Wenn es jetzt gar nicht mehr geht Oder Im schlimmsten Falle Den Kanal aufgeben Aber das wäre zu schlimm Deswegen Mache ich lieber dann Minigames Aber wir gucken jetzt mal Wie es hier draus wird Und Ja Äh, der Amboss Den machen wir jetzt noch hier rein Die haben ja noch einen Wo ist denn der Ah ne, der ist oben Wir können hier unten Und unten ist noch einer reinbauen So Jetzt können wir hier schön Crafty, Crafty machen Ja Gut Hoffentlich klappt es auch wieder Ja Gut Der Speer Stone Glaive Kann man den benutzen? Achso Okay Gut So 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 Genau Schön zur Verschönerung hier Und ja Da würde ich auch mal wieder sagen An dieser Stelle Äh, ist diese Folge rum Ähm Ja, ich hoffe es hat geklappt Leute Ähm Wer nicht War es nicht anders Da muss ich mir wirklich was einfallen lassen Und Ja, natürlich wie immer Ähm Lasst mir Wertungen da Bei der Wertungen Ehrlich sein Wie immer Äh Bis zum nächsten Mal Ähm Abo, Like, Kommentar wäre natürlich schön Und ja Wie immer Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao Euer SashiLP Und sorry dass die Folge zu kurz war Aber Ist jetzt nochmal zum gucken ob es geht Ja Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal